Hallo zu einem neuen Video. Heute sehen wir uns gemeinsam an, wie du mit Microsoft Power BI Desktop durchstarten kannst. Bevor wir starten, bitte diesen YouTube-Kanal jetzt kostenlos abonnieren, damit ich noch mehr Videos dir anbieten kann und bedanke mich sehr herzlich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Vielen Dank. Und jetzt starten wir los. Wer nach Power BI Desktop im Internet sucht, findet viele Webseiten, die Installation und Funktionen von Power BI sehr ausführlich und technisch behandeln. Dieses Video ist gedacht für all jene, die die wichtigsten Aspekte von Power BI so kennenlernen möchten, dass du kein Guru sein musst. Starten wir los. Was ist Power BI Desktop? Power BI Desktop ist ein kostenloses Software-Tool von der Firma Microsoft. Anwender können Verbindungen zu mehreren Datenquellen herstellen, können Daten transformieren und auch diese bereinigen. Des Weiteren können Berichte mit Visualisierungen erstellt werden und darüber hinaus ist Power BI Desktop sehr benutzerfreundlich. Man kann problemlos Verbindungen zu mehreren Datenquellen aufbauen und die Daten darin in einem Modell zusammenfassen. Das wird auch als Modellierung bezeichnet. Die Datenmodelle strukturieren, wie gesagt, die importierten Daten und beinhalten Beziehungen zwischen den unterschiedlichsten Daten. Man kann die Daten auch in Form von einer großen Auswahl an Visualisierungen, wie hier zum Beispiel in diesem Bericht zu sehen sind, darstellen und diese sozusagen auch in Berichten und Dashboards für andere Anwender für Analyse und Zusammenarbeit bereitstellen und teilen. Die häufigsten Anwender von Power BI Desktop sind Datenanalysten, BI Experten, Berichtersteller oder einfache Geschäftsbenutzer. Soweit der Theorie. Sehen wir uns nun an, wie du Power BI Desktop installierst. Um Power BI Desktop auf deinem System zu installieren, benötigt es den Aufruf auf der Webseite powerbi.microsoft.com. Dieser Link befindet sich auch unter diesem Video in der Beschreibung. Auf dieser Webseite gibt es nun in der Rubrik Produkte eine Auswahlmöglichkeit. In unserem Fall möchten wir Power BI Desktop installieren. Daher der Klick auf diese Rubrik und wir werden auf der Microsoft Webseite weitergeleitet. Auf dieser Webseite steht nun, dass diese Version kostenlos heruntergeladen werden kann. Man kann auch hier noch spezifischer hinsichtlich der Sprachoptionen eine Auswahl treffen. In unserem Fall genügt ein kostenloser Download von diesem Button. Anschließend erhalte ich die Anfrage, ob ich sozusagen die Installation mit dem Microsoft Store durchführen möchte. In diesem Fall ja. Anschließend wird der Microsoft Store geöffnet und entsprechend Power BI Desktop steht sozusagen für die Installation zur Auswahl bereit. Nachdem die Installation erfolgt ist und Power BI geöffnet werden kann bzw. gestartet wird, beginnt sozusagen Microsoft Power BI mit einer leeren Arbeitsfläche. Gehen wir darauf ein, welche Funktionen und Verwendung von Power BI Desktop möglich sind. Die erste Aufgabe, um mit Power BI Desktop zu beginnen, besteht darin, eine Verbindung zu einer Datenquelle herzustellen und Daten abzurufen. Wie können wir das tun? Das können wir sehr einfach über das Menü Daten abrufen durchführen. Ein Klick darauf öffnet uns dann eine Auswahlmöglichkeit, welche Datenverbindung wir verwenden möchten. Wie wir sehen, haben wir so eine Art Explorer, wo auf der linken Seite eine Auswahlmöglichkeit besteht. In diesem Fall werden alle Datenverbindungen angezeigt, welche möglich sind. Das kann eine Excel-Arbeitsmappe sein, eine PDF-Datei hin zu aktuellen Software-Tools wie Microsoft Teams und so weiter. Ich kann diese aber auch auf einzelnen Rubriken navigieren bzw. fein navigieren. In diesem Fall habe ich nur Konnektoren, Verbindungsmöglichkeiten zu Dateien wie Excel, CSV-Datei, XML, JSON und so weiter. Ich kann aber auch auf eine Datenbank zugreifen, beispielsweise eine SQL-Server-Datenbank. Aber auch andere wie SAP HANA-Datenbank wird unterstützt. Wie ihr seht, gibt es hier eine zahlreiche Auswahl an Verbindungsmöglichkeiten. In unserem Fall möchte ich mich auf eine SQL-Server-Datenbank verbinden. Hier muss ich nun die Adresse angeben. In diesem Fall befindet sich der Lokal und habe dort noch die Möglichkeit, ob ich die gesamten Daten in die Datei von Paube laden möchte, sozusagen der Import-Modus, oder ob ich nur eine direkte Abfrage an die Quelle durchführe. In diesem Fall wäre es eine Direct Query. Ich führe diese aus, gebe dann anschließend noch die Verbindungsmöglichkeiten an, in welcher Anmeldung ich diese durchführen möchte. Ich bestätige die Verschlüsselungsunterstützung und erhalte schließlich die Auswahl im Navigator zu den einzelnen Datenbanken auf diesem SQL-Server. Ich kann hier dann gezielt bestimmte Tabellen nach Power BI Desktop abfragen. Nun kommen wir auch schon zur weiteren wichtigen Funktion von Power BI. Und zwar das Transformieren und Datenbereinigen. Das bedeutet, dass in Power BI die Möglichkeit besteht, die Datenquelle noch weiter zu transformieren. In diesem Fall benötigt es den Klick auf Daten transformieren und erhalte nun entsprechend zu dieser Tabelle ein weiteres Auswahlfenster, in dem ich sozusagen mehrere verschiedene Funktionen und Features anwenden kann auf die importierten Daten. Wie wir sehen, wurden nun die entsprechenden Daten geladen. Diese sind hier sichtbar in Spalten und Zeilen. Und im Menü Transformieren habe ich nun eine Vielzahl von Funktionen zur Auswahl. Beispielsweise kann ich Gruppierungen durchführen, ich kann Zeilen zählen, ich kann umbenennen, Datentypen erkennen, Datentypen ändern, Spalten, Spalten, Teilen zusammenführen und viele weitere Funktionen, mit der sozusagen die Transmotion der Datenquelle möglich ist. Anschließend, wenn sozusagen alle Änderungen durchgeführt worden sind, beispielsweise möchte ich hier noch durchführen, dass beispielsweise hier der Date Key ein Datum entspricht. Dann sagt es mir, dass diese Umwandlung nicht möglich ist und erhalte eine Fehlermeldung. Und das führt uns zu einer sehr essentiellen und wichtigen Funktion in Power BI. Und zwar sieht man hier im rechten Menüfenster die Kategorie angewendete Schritte und diese zeichnet jede Aktion, die ich in Power BI durchführe, auf. Beispielsweise war hier die letzte Aktivität, den Datentyp zu ändern. In diesem Fall hat es zu einem Fehler geführt und man erkennt sehr schnell, welche Stärke sozusagen diese Aufzeichnung mit sich bringt. Und zwar kann ich nun auf dieses X klicken und wechsle sozusagen einen Schritt zurück und habe nun meine Ausgangssituation wieder hergestellt. Ich kann dann anschließend auf Schließen und Übernehmen klicken und habe entsprechend dann die Daten zur Auswahl bzw. für die Erstellung eines Berichtes zur Verfügung. Ich kann hier dann anschließend im Feldbereich eine Einsicht nehmen, welche Felder zur Auswahl möglich sind und kann hier eine vereinfachte Darstellung über ein Kreisdiagramm darstellen und zwar beispielsweise die Returns aufgeteilt nach Produkten. Machen wir das etwas größer. Machen wir in den Produkten die Gliederung nach dem Segment und wie wir sehen, lässt sich so relativ schnell und einfach die Darstellung von Daten im PowerWare umsetzen. Des Weiteren gibt es auch von Microsoft eine Webseite, die sozusagen Vorlagen und Ideen bereitstellt, wie Berichte umgesetzt werden können. Auch diese möchte ich kurz vorstellen. Und zwar befindet es sich hier eine Webseite von Microsoft, die sozusagen Templates bereitstellt für Power BI. Auch dieser Link ist unter diesem Video bereitgestellt. Kurz zurück nach Power BI. Einer dieser Downloads oder Vorlagen kann zum Beispiel beispielsweise hier geöffnet werden und man erkennt, dass diese Darstellung viele Optionen und Möglichkeiten für die Datenanalyse mit sich bringt und auch eine Filterung innerhalb sozusagen der einzelnen Visualisierungen ermöglicht. Hier zum Beispiel kann ich eine Umschaltung machen von einer Balkendiagramm auf eine Karte und viele weitere Funktionen. Ich kann euch empfehlen, diese Templates mal durchzuarbeiten und durchzusehen, um euch auch inspirieren zu lassen und eine gute Ausgangssituation für eure Berichte zu schaffen. Damit ist unser Tutorial zu Power BI Desktop abgeschlossen. Wir haben die Grundlagen von Power BI Desktop gelernt. Wir haben auch ausführlich gelernt, was Power BI Desktop seinen Benutzern in Bezug auf Funktionalitäten und Verwendungsmöglichkeiten zu bieten hat. Und ich hoffe, dass meine Erklärung hilfreich genug war, um dir einen guten Einstieg in die Arbeit mit Power BI Desktop zu bieten. Und würde ich mich sehr freuen, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Falls du Fragen hast, hinterlass mir einfach einen Kommentar. Ich werde versuchen, dir zu antworten und wünsche dir alles Gute und viel Erfolg.